hallo und herzlich willkommen zu einem neuen bus 2018 video freut mich dass du wieder eingestellt hast und heute kümmern wir uns wieder um die beziehungsweise was heißt wir kümmern uns wir fahren heute wieder mithilfe des random number generators ich habe vergessen jetzt aktivieren hier bumm schauen wir nach welcher schrecke wir fahren oh die 26er schrecke da bin ich mal gespannt könnte eine etwas längere fahrt diesmal werden lange fahrt eine lange lange fahrt und hoffen mal dass wir jetzt auch in diesem fall nicht hier lang haben wir fahren dort lang dort lang dann von drehen wir dort ja nämlich wir den mn lion city cng nehmen den 418er le business würde ich sagen vor wir das machen würde ich sagen garage wir gucken mal ob wir den neuen lackierung verpassen ich muss neue busfarben da war ja was auf einmal mit dem design immer wieder ein neues da fahren wir die nummer 26 mit dem 418 le business wieder stinkt normal und wir starten die fahrt auf ein neues dann machen wir die türen entsperren wir sie schließen die tür den motor an nicht die warme leckanlage sondern wir machen das licht für uns aus für die fahrgäste an schließen lösen die feststelle bremse machen den teppomat an und wir vergessen den motor anzumachen dann fahren wir jetzt zum zopf und verlassen ihn nicht aus was wir vorher eigentlich auch nicht gemacht haben aber wort ever also wo zwei sollen wir halten jetzt geht es ja gerade ab Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Ich kann sagen, Beiner. Beiner schon wieder getroffen. Eine Fahrkarte, bitte. Sie versperren die Tür. Eine einzelne Fahrkarte. Einzelstandard drucken. Bitteschön. Gucken wir nochmal nach den Tickets von anderen. Klar. Hier, bitte. Wieder ein schöner, sonniger Tag. Im Regen bin ich auch gefahren, aber es war halt... Wir wurden nachher mal wieder vom Game rausgenommen. Aus dem Ganzen. Boah, schon wieder berührt. Egal, wenn man E-Code genug... Ich hab mal den Lens-Effekt rausgenommen. Und Anti-Aliging. Sprich, der Blö-Effekt ist jetzt nicht mehr da. Und auch der... Auch das... Das Bremslicht, glaube ich, von den Autos und so. Müsste jetzt auch weg sein. Ich sag das einfach mal, weil ich nicht weiß, ob ich es drin gelassen habe oder nicht. Boah, das Bremsen ist jetzt hier auch echt anstrengend. Ne, das sieht ehrlich ganz gut aus. Ne, das sieht auch viel besser aus jetzt in diesem Tab. Warum ich... Ich frag mich, warum ich jetzt so viele Sachen jetzt kennenlerne. So hier mit dem Ranzoomen, was wusste ich vorher auch noch nicht. Oder ich hab's verdrängt. Das kann's natürlich auch sein. Ich hab mich noch ein bisschen zur nächsten Haltestelle. Okay. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ja, ich finde das... Ich find's schon nice. So jetzt sieht's auch viel besser aus. Also irgendwie... Das sind so die Kleinigkeiten, die halt das wieder viel schöner machen. Das mit dem Blur-Effekt, dass er draußen... Das hab ich eigentlich schon die ganze Zeit gewollt gehabt. Ich hab's aber eigentlich hauptsächlich durch... Tourist Bus Simulator, was ich zwar bisher noch nicht angespielt habe, aber... ...durch einen Guide, den ich da... ...überfliegen gebremst sehen habe. Ja, ab und zu bremsen, das war halt... ...muster halt sein, weil... Ich komm' ja nicht zum Stehen bei den ganzen Necks. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Weil mir jetzt nicht mehr sicher war, wo jetzt... Ich hab' einfach keinen Platz und ich seh' nichts wegen diesem dämlichen... Haltet doch einfach mal den Rand da hinten. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Boah, kannst bitte mal aufhören. Ich hab' ja keine Probleme damit, weil ich weiß... Wir sind hier in der Innenstadt, da kommt das halt vor. Wenn das Game halt echt nochmal neu starten sollen, wie ich jetzt hier... ...weil ich dann beim nächsten Mal halt wirklich machen... ...das ist schon in den Folgen... Alter... ...ist das nervig... ...das war halt gleich endlich bei der Pferdemühlengasse... ...das war noch grün, ne? Naja... ...das ist doch kein Orange geworden... Boah, ist das anstrengend... ...und auch pünktlich... ...hoffentlich wäre das besser, wenn wir dann endlich... ...eine Fahrkarte, bitte. Wir sind überpünktlich... ...wie soll's noch schneller sein als überpünktlich? Brauche... ...student... ...drucken... ...verdammt... ...wieder noch... ...viel... ...tag... ...standard... ...drucken... ...dank... ...eine Fahrkarte, bitte... ...tag... ...student... ...und auch die beiden da hinten... ...boah... ...ich hab ihnen meine Fahrkarte... ...hab ich zu... ...ah... ...hier, bitte... ...wie war das denn dann? ...hier, bitte... ...und ich hab noch irgendwas mit den Spiegeln gemacht, aber ich weiß nicht... ...was genau... ...muss echt nochmal die Folgen... ...eine Folgen nochmal mehr angucken, wo wir mit dem... ...setzt 3148 den Alley bis zu gefahren sind... ...ob's da irgendwie anders... ...ob's da ne Unterschiede gibt... ...nächster Halt... ...Taten... ...Verwaltung... ... ...der ist weiterhin durchgehend leckt... ...ne... ...dann... ...müssen wir... ...wieder... ...da bisschen mit rumbasteln... ...weil eigentlich... ...komplett... ...tut du komplett... ...die sollte super... ...laufen... ...aber wir sind auch in der Innenstadt... ...ne... ...also... ...wenn wir die Innenstadt verlassen... ...dann werden wir dann genaueres... ...wird sehen... ...ob das... ...sich jetzt verbessert hat... ...oder nicht... ...ob die Qualität sich... ...also... ...wir sollten die Lächster wieder aufhören... ...so merkt man ja jetzt schon... ...lächsten weg... ...sollen 10 Minuten... ...sollen wir dort sein... ...das heißt... ...dann werden wir schon wieder... ...viel Zeit... ...ich kann das Wochenende... ...kaum erwarten... ...40.000 Dollar... ...für was? ...wir haben niemanden... ...berührt... ...wir haben einfach... ...zuneinhalb Minuten... ...abgebogen... ...das Game ist wieder... ...komplett... ...rickty... ...hier... ...aber... ...wir hatten ja... ...schonmal das Problem... ...also... ...Labler hatte ja auch das Problem... ...dass er ständig... ...quertig... ...tausend Schafe... ...zahlen musste... ...als wir das... ...im Koop gefahren sind... ...wahrscheinlich ist dann daran... ...ich vermute mal... ...dass das... ...das Problem... ...weil es auch in diesem Fall war... ...weil wir hatten... ...keinen Unfall gebaut... ...wir sind einfach nur... ...stumpf gefahren... ...aber das ist ja auch... ...irrelevant... ...wir haben ja das Geld... ...also um das Geld... ...brauch ich mir keine Sorgen... ...von daher alles gut... ...das ist einfach nur... ...komisch... ...mehr nicht... ...nicht mehr... ...und nicht weniger... ...mittlerweil ist es... ...zumindest ist es... ...mittlerweil so... ...weil ich nicht... ...folge 20 hätten... ...bich da bestimmt... ...noch drüber aufgeregt... ...weil... ...wir da nicht das Geld hätten... ...gabt haben... ...aber jetzt... ...wir sind bei 20 Millionen... ...wir bekommen... ...600.000... ...egal... ...was für ein Mist... ...wir zusammenfahren... ...wir bekommen auch... ...jetzt nach Vizertour... ...nach 600.000... ...von daher... ...ich hab noch irgendwas mit dem... ...spiegel gemacht... ...keine Ahnung... ...was da für ein Unterschied ist... ...weil jetzt die Qualität... ...die ich geändert habe... ...ich hab keine Ahnung... ...was hab ich gemacht... ...wunderbar... ...wunderbar... ...fahren wir jetzt hier... ...ins Hafengebiet... ...mit... ...un... ...glaublich... ...alder wie... ...wie früh sind wir denn da... ...holy shit... ...das... ...der eine oder andere... ...negativpunkt... ...auf den einen oder anderen... ...kommst du mir auch gar nicht mehr an... ...und schon noch zu viele... ...Negativpunkt... ...die jetzt mittlerweile... ...gesammelt... ...auf dieser Tour... ...und zwar... ...nöt trotzdem immer noch... ...möglichst komfortabel zu fahren... ...und... ...so weiter... ...aber... ...der Drops ist gelutscht... ...und... 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 ...so... ...alleine was die KI betrifft... ...da werden wir ja schon... ...ne Menge Verbesserung... ...erwarten können... ...nächster Halt... ...Hafen... ...Verwaltung... ...och... ...tut mir leid... ...seh... ...ich muss sie verloren haben... ...nach klar... ...hier... ...bitte... ...verloren haben... ...genau... ...Einzel... ...Standard... ...drei... ...Stück... ...drucken... ...bitteschön... ...ja... ...puh... ...da waren aber fünf Minuten... ...ne... ...bleiben ist ja nichts anderes übrig... ...den... ...fahren wir mal weiter... ...und dann wieder... ...zehn Minuten Zeit... ...um dorthin zu fahren... ...ordentlich Zeit... ...oh... ...ich weiß nicht... ...irgendwie... ...das ganze geflackere... ...schweckert mich fast mehr... ...als der ganze nervige... ...Blur-Effekt... ...ist mal Anti-Ali-Jing... ...wieder ein bisschen... ...angemacht... ...naja... ...mal schauen... ...wo wir lassen... ...das ist mir hierbei... ...ja... ...wobei ich kann nochmal kurz gucken... ...wie das... ...wäre... ...wenn ich wieder... ...voll anstellen würde... ...viewe... ...dann... Also dann lassen wir das bei mit dem Blur-Effekt, wenn es halt nicht anders geht. Oh, es ist immer so bei den Backsteinhäusern, dass es so rumflaggert. Aber ich habe das Gefühl, dass es entweder Gebäudetexturen mit dem Backstein, dass es gut aussieht. Oder ohne Blur-Effekt und auch wenn ich den Blur-Effekt abgrundtief fasse. Aber so auf dem abgrundtief, lasse ich den Kram einfach mal an, dann fahren wir mit Blur-Effekt wieder weiter. Weil die Texturqualität an den Gebäuden ist halt schon wichtig. Ich hoffe, dass das im neuen Teil, dass man den Blur-Effekt komplett rausnehmen kann und dass es halt nicht so ist wie jetzt in diesem Teil, dass so ein Enemy der Oda-Ding ist. Murmeln, 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 Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Aber schauen wir mal, was der neue Teil so mit sich bringt. Aber ich habe das Gefühl, dass es mit dem Blur-Effekt halt auch irgendwie so ein Engine-Ding ist von der Unreal Engine 4. Danke, macht erst mal Platz, wunderbar. Wenn ich das noch etwas eingestellt habe, ich habe das ausgestellten, ich habe das ausgestellt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich noch etwas anderes aktiviert habe oder der aktiviert hatte. Ich bin, glaube ich, zumindest wieder möglichst auf den Standardwert, wie ich vorher auch gewesen bin. Auf den Standardwerten. Das ist echt schade und belastend, weil, wie gesagt, der Blur-Effekt, der stört mich schon am meisten hier am Fahren. Mehr als die Lacks, die das ja eigentlich viel mehr beeinträchtigen, das Fahren. Aber der Blur-Effekt, der sieht doch nicht aus. Egal in welchem Gaming, der Blur-Effekt sieht nicht aus. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Hey, na klar. Wir gehen die Fahrt noch ganz hin. Okay, wir enden hier beim Forschungszentrum. Okay, das heißt, wir werden auch hier im Astra Park dann zur Busgarage fahren. Nachdem wir hier erstmal gefühlt 10 Minuten noch mal warten. Und manchmal ist der Blur-Effekt auch nicht da. Seit wann laufen Leute einfach so straight über die Straße. So jetzt ist der Blur-Effekt beispielsweise nicht da. Aber wenn der da ist, sieht es halt nicht aus. Meiner Meinung nach, wo man merkt. Das ist das, sieht man mal warten. Ich bin echt mal gespannt, wie das bei Humphreys schon gesehen könnte in der Karte, wie das dann in, oh wie hieß es da nochmal? Sunny Springs aus den 1600er, ich hab schon vergessen, wie die neue Karte heißt, ich hab es wieder vergessen, dabei ist es doch eigentlich so einfach, ich komm noch gar nicht mehr drauf, aber gut, da haben wir ja schon sehen können, wie so grob das ist, aber ich bin mal sehr gespannt, wie die ganze Kartenwelt dann so generell ist und so und was es halt alles so für Events gibt, ob es immer noch nur hier Rushhour oder Feiertagsbums gibt oder ob es noch andere Events gibt, das wäre natürlich auch nice. Mehr Events, mehr Zufallsevents wäre cool. Wobei ich denke mal, sie gehen auch komplett weg von diesem, hey, du startest gerade die Tour, das und das erwartet dich nach dem Motto, es ist ein Feiertag. Ich denke mal, weil das Prinzip ja komplett anders ist, wir haben ja ein Day-Night-Circle mit drin und so weiter und so fort, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ganze halt kalendarisch abgleichlich wird, dass man quasi einen Kalender hat und man weiß, okay, dann ist ein Feiertag, da kann man mehr warten und so weiter. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Gehen Sie weg! Die Tür geht nicht zu! Was? Achso! Äh, hier! Das konnte ich mir echt gut vorstellen. Wo hab ich denn? Na klar! Aber wir werden sehen. Tag, Standard, zwei Stück vom Drucken. Danke! Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Wochenticket. Danke! Dann warten wir noch mal die zwei Minuten. Dann wollen wir mal weiter zum Forschungszentrum. Ach ja, den Lenzeffekt habe ich gemacht. Genau, den Lenzeffekt aktiviert. Bitte alle aussteigen! Das weiß ich wieder. Allein das ist ja auch schon wieder ein Step Up im Gameplay so gesehen worden. Mit dem was man sieht, wo das mit den Bergen so ist. Ich denke mal, wenn ich jetzt die Berge würden detaillierter sein, hätte ich das DLC, die Map Expansion, denke ich mal, dass die dann auch detaillierter wären. Aber ich finde es ausscheinend nicht besser, wenn sie detaillierter wären. Da würde ich so... Etwas runter, sagen wir es mal. Genau pünktlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Süß. Den Müll nehmen wir dann wieder bei der Busgarage mit. Dann fahren wir noch hin, nehmen wir den Müll mit und beenden die Fahrt. Aber ja, auf den neuen Teil, auf den freue ich mich sehr. Sehr, sehr, weil da der wirtschaftliche Aspekt ja deutlich anders dargeschöpft wird, als jetzt hier in diesem Teil. Und halt auch so im... Auch würde ich fast sagen, so fürs Late Game, dass halt immer noch eine Menge mit drin ist. Aber man halt viel anpassen kann und variieren kann und so weiter. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Mal schauen, vielleicht mag ich dann einfach auch sogar ein Bustimulator im Monat, wenn der Bustimulator 1 von nicht draußen ist. Das sind täglich, so gesehen, so ein 4-halb Wochen Event, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wann es halt rauskommt. Das wir dann täglich ein Video vom Bustimulator 21 haben werden. Da kommen wir auch anders gut voran. Oh, da sieht man ja sogar... Oh, die hat aber blaue Haare, nice. Das ist cool, cool, cool. Gefällt mir. Da haben wir einfach auch sehr viel zu entdecken und so weiter und so fort. Dann werden wir auch, glaube ich, erst mit der britisch-ach amerikanischen Setting, werden wir dann hauptsächlich erst fahren, bis wir dann auch wieder uns an... Da haben wir noch mit dem Müll. Na? Komme ich hier noch weiter hin? Jetzt klinge ich mich mit. Und danach, irgendwann genehmigen wir uns auch mal wieder Seaside Valley. Ja, die Tour hat uns jetzt nichts eingebracht. Aber es lag an den 40.000. Die anderen waren Peanuts, waren irrelevant aber. Na, ein Profi. Weisen wir mal ab. Ja, dann bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bustimulator 18 Video wieder. both Б eine Bis zum nächsten Mal.